Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. So, wieder mit Facecam. Ich habe die ein bisschen anders eingestellt. Ich habe hier auch links von mir ein kleines Lichtchen hingestellt, damit man mich besser sehen kann. Damit ich auch im Dunkeln zocken kann. Naja. Dann gehen wir mal runter. Er durchbettete das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und Zelte. Neun verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in ihrer Hand dargestellt. Hey. Ähm. Licht, verlass mich nicht. Was mir wehtun. Diese Kugel zu bewegen war, als würde man einen Stern in den Nachthimmel heben. Sollte nicht geschehen. Der Schatten ist kein rachsüchtiger Geist. Er ist das Universum, was ich selbst finde. Das tut doch weh. Okay. Also hochkommen tun wir nicht mehr. Eingeschnitt wunden und blaue Flecken. Okay. Komm, hierher. Was war das? Entschuldigung, ich sollte dich warnen. Eine meiner Verantwortung als Baron ist, dass ein Kugel zu bewegen. Das ist, wo die Kriminale sind geschehen. Wie ein Dungeon? Sehr gut so. Komm, nicht schreien. Oha. Gefangene? Mach ich hier jetzt aber Bekanntschaften, die ich nicht haben will? Nehmen die etwa noch? Oha. Oha. Was ist das? Das hört sich nach diesem Viech an. Will ich da hin? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann das Ding hier hören. Scheiße. Ich will nicht weiter. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Kann ich mich nur anschließen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Da bin ich gerade angespannt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr sagen. 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 Hier ist sonst auch nichts. Jetzt wo ich weiß, dass das Ding hier ist, habe ich keinen Bock mehr, hier rumzulaufen. Ja. Aber Mutter, ich will nicht ohne dich. Geh. Du musst gehen. Find Gabriel, der Outrider, und sag ihn zu bemerken. Nein. Du kommst auch. Geh. Bitte. Wir haben keine Zeit, um das Loch mehr zu machen. Geh. Geh. Die Sache ist zu schmal, um ihn durchzuschlüpfen. So ein Gegenstand fehlt mir noch. So die Frage wäre ich ja aufzuschreien. Alter. Alter. Da krieg ich hier ne Gänsehaut. Das ist also ein Versteck. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Jetzt bin ich hier, bin ich in den Kreis gelaufen. Da kann ich kombiniert werden. Hm. Such einen anderen Weg um das verschwerte Tor. Ja. Find ein Werkzeug. Mhm. Ein leicht zu öffnendes Schloss. Vielleicht mit der Hohlnadel. Ist da jemand? Ja. Wo ist das Ding denn letztend? Äh. Kann ich hier irgendwas übersehen? Na hier. Muss ich zufällig hier rein? Ist fest verriegelt. Hm. Muss irgendwo etwas übersehen haben. Ich darf zu flennen. Ich hab ohne dich schon genug Probleme. Das Ding ist gar nicht mehr hier oder was? Hä? Bin ich jetzt einfach zu blöd? Oh Gott. Ist noch etwas anderes nötig. Hä? Hier was übersehen. und alle Melancholisten. Ach man. Oh, ich bin jetzt drüber lustig, aber hinterher kriege ich da vor allem den Herzenfarkt. wenn ich sie denn sehe. Nee, lass mich doch da durch. Nur mit diesem Werk soll ich diese Spalt nicht vergrößern. Die Gegenstand hierfür kann nicht verwendet werden. Die Gegenstand hierfür kann nicht verwendet werden. Wo soll ich denn ein anderer Teil finden? Verdammt nochmal. Hier war nichts. Nee. Boah, ich schwöre, wenn du mich jetzt erschrickst, ne? Ich bring deine ganze Generation um. Aha. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.